offenbar nirgendwo hin das war bestimmt mal ein schönes kleines camp was hier wird ja war doch gerade was hier geht bestimmt irgendwo rüber stimmt mit dem baum aber ich kann ja nicht umstoßen ich habe ja nichts dabei irgendwie eine axt oder eine kettensäge oder so wo geht es hierhin von hier komme ich klar ok hier ist die kaputte brücke da geht es ins camp und hier kommt man auch nicht rüber vielleicht findet man ja irgendwo eine säge oder so ich habe sie nur noch nicht gesehen ich mache hier mal ein foto wenn man schon mal hier ist oder was ist das 14 von richards deutschen er hat mich ein bisschen landet bei daylight ok hier kommt man immer noch nicht rein ich sehe auch keine säge ok wo könnte bloß eine säge liegen oder eine axt keine fahrne am mast ach und dass sie sind das ist fast wie eine tribüne hier aufgebaut interessant fährt man jetzt erst auf und hier ist doch eine axt na geht doch ich habe einen axt ich habe einen axt ich habe einen axt das ist eigentlich ein pulaski das sieht aus wie ein axt ich habe einen axt das wird eine große Hilfe für sowas zu gehen durch die Nachricht und durch das Fenster ja ich bin weg dann wollen wir mal und zack zack und rein und nochmal und da fällt hoch leichtfüßig wie eine gazelle da dann ich habe eine Idee ich habe eine Idee wir hören du hörst jemanden in den buchten ja ok also wir sagen wir sind oder du bist zumindest wo du jetzt bist wo du jetzt bist ich bin auf meiner Weg zurück in und aus den buchten in den middleen du gesehen hast du jemanden mit mir definitiv nicht ok so erzähl mir was du denkst was das das war 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 oh fuck um da ist nicht wie jemand wie eine Lookout kann sein ist nein nicht ohne zu die die kreger ist die wir sagen auch wow schaak 77 es libö hier irgendetwas stimmte Ja, ganz geweihrig nicht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen weg. Was kann ich dir tun? Ich habe nicht ein Wink geblieben, und ich bin so verrückt, die letzten 6 Stunden auf die Sonne. Wie bist du so schade? Na gut, es ist ein neues Tag. Was ein Tag, dieser Tag, wir haben uns geblieben. Vielleicht bin ich eigentlich in Ordnung. Vielleicht habe ich nicht geblieben, dass jemand... Ich habe eigentlich geglaubt, sehr gut. Uh, okay. Ich habe auch gedacht, ob die Flora von der Shoshone Info-Poster noch in deiner Tauern war. Was? Es ist nur das Protokoll, dass die hier aufhalten. Sie wissen, Info über deiner Tauern, die verteiligen Beispiele, etc. Uh, uh, gut. Einfach, du weißt, sie haben einen Blick. Segen, sie sind in Schipzshape. Ich glaube, sie möchte uns irgendwas mitteilen. Okay, ja, es ist, um, warum bist du so? Great, einfach wunderbar. Verstehst du den Baum in der Oberfläche, der 2nd von der Seite? Sure, es ist die, uh... Nein, du musst mir nicht sagen, einfach, um, internalize es, es ist ein großartiger Baum. Und es gibt einen Ort, um, 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 den Baum in deinem Sektor, den du vielleicht einen halben Tag hängen solltest. Vielleicht. Okay. Amerikanische Puppe, Cottonwood. Okay, Karte? Cottonwood Creek. Da unten. Also, nach Süden wieder. Okay, machen wir. Mal gucken, vielleicht möchte sie sich da mit uns treffen. Wäre ja möglich. Weil wir immerhin abgehört werden. Deswegen hat sie gerade so ein Rätsel geredet. So, wieder nach Süden. Durch die Brandschneise. Also. Hier bin ich richtig? Weiß gar nicht. Jaja, hier bin ich richtig. Jetzt bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Was dabei rumkommt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Okay, mal gucken, ob ich noch richtig bin. Ja. Ja. Und jetzt hier lang, ne? Wasser. Ja. 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 Was war das? ich hab doch gerade was gehört hallo ich bin so gut wie da Cottonwood Creek aber was jetzt hier ist irgendwo eine Kiste sehe ich gerade aus der Karte vielleicht meint sie die ja vielleicht hat sie da was drin vielleicht hat sie da eine Nachricht reingelegt da ich guck mir erstmal die Kiste an hä okay es ist nicht 1 2 3 4 äh ich bin hier in Cottonwood Creek siehst du die Cashbox da? ich habe es einfach kontrolliert und das Kode funktioniert nicht es ist weil ich es verändert es ist 5 6 7 8 du bist so schade ich bin in einem rush hh 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 Natürlich richtig sicher. Drei blinde Piraten fordern Richard Sturgeon. Von wem sonst? Und ein neues Funkgerät? Ich habe es jetzt. Gut. Ich habe dir das Radio verbracht. Ich gehe zu einem Cashbox, liebte zu einem Ranger, liebte zu einem anderen Ranger... ...und hoffentlich hast du jetzt eine clean, untappte Radio. Hoffentlich. Holy fuck, Henry. Wir müssen zu diesem Ort kommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Wer macht das? Ich weiß nicht, wer könnte das machen. Ich weiß nicht. Henry, ich bin in diesem Job auf und auf für 13 Jahre. Einmal hier, einmal neben Jackson. Ein paar Mal in Wind River. Und nichts wie das... ...has ever happened. Ich habe in den Augen geöffnet. Ich habe in den Augen geöffnet. Ich habe nur geöffnet. Ich habe nur geöffnet. Ich habe nicht mehr verletzt. Ich habe noch mehr Neville geöffnet. Ich habe nur noch auf dem Boden geöffnet. Ich weiß nicht, wer mich zu sehen. Ich habe mich gefragt, ob ich in Ordnung bin und ob ich entschuldige, um mich zu entschuldigen zu sein. Ein Städte-Koordinator fragte, ob ich nur Frau-Frau hatte. Also nein, das ist nicht mit jemandem anderen und ich bin fertig zu fragen. Ich gehe zurück nach der Garten und jetzt, dass ich einen Axe habe, werden wir etwas später wissen. Du musst in dieser Seite kommen. Telefon mich, wenn du etwas findest. Klar. Ah, mal schauen. Das ist gut. Hey. Uh, I just thought of something not, um, not great. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. Warum? Warum? What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. I know. And... I didn't. I... I... I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And... I filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yeah. Fuck, Delilah. Fuck, indeed. We really need to get to the bottom of this. Tja. Vielleicht will sich jemand rächen. Kann ja sein. Scheine hier richtig zu sein. Denk ich. Ähm. Ja, hier ist der Weg. Der nach Westen führt. Und... Wir müssen ja nach Westen. Und... Moment mal. Jetzt bin ich wieder bei der Brandschneise. Was? Warum? Nein. Oh Gott. Hier ist aber richtig, oder? Komm schon. So, ja. Dann nach Westen. So. So. Hier lang. Hier lang. Ja, hier geht's zum See. Sehr gut. Ab dem See weiß ich ungefähr. So hin. So hin. Karte. Perfekt. Und dann gleich nach Norden. Ja. Ja. Und jetzt wieder nach Westen. Ja. Ganz sicher. Ja. Ganz sicher. Jetzt bin ich absolut richtig. Und wir kommen dem Geheimnis immer näher. Ja. 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 ganz sicher nicht. Ja. Ja, kann ich gut durchführen. Ah. Es war sehr stark. Na, noch gut. Aber dieكنenten sind bekannt, der Fall ist ja bekannt. muss ich darunter ich glaube nicht hier den weg weil doch doch ich muss darunter ja hier sind wir richtig